Das Wiesenfest in Rehau beginnt am 30. Juni. Heute ist Richtfest und alle Partner sind schon mal hier versammelt zum Richtfest. Die Meinlbrauerei, die Stadt Rehau und die Metzgerei Max und wir von Radio Aureherz sind auch dabei als das offizielle Wiesenfestradio und wir gucken uns schon mal die Hallen an. Ich finde ja persönlich, das ist genau der Style der fränkischen Volksfestwirt GmbH. Das liebevolle halt, die Grenze zum Beispiel, davon wird schon in die Technik aufgebaut, mit der Bühne kommt ja auch wieder eine LED-Wand hin. Also das ist schon ein neuer Maßstab für das Wiesenfest in Rehau und natürlich das Rot-Weiß. Schön. Die Feierstunde hat geschlagen, es ruhe die geübte Hand. Nach harten, arbeitsreichen Tagen grüßt stolz der Richtbaum nun ins Land. Und stolz und froh ist jeder heute, der tüchtig mit am Werk gebaut. Es waren wackere Handwerksleute, die fest auf ihre Kunst vertraut. Auferstehens Wiesenfest. Prost!